Hallo, der Marc vom Pissing Studio Wien. Bitte was, wie? Ne, du kannst auflassen. Jasmin, Nicole und Julia sind hier. Hab ich das jetzt richtig gesagt? Mhm. Gott sei Dank. So, wir hatten gerade schon... Hab ich sie Nicole genannt? Ne, Julia. Ne, andersrum. Nicole, ne? Ja, das hängt schon wieder an. Ich sag einfach du. Kein nix falsch machen. So, also Grüße euch zwei. Und du bist... Ihr seid beide... Du bist endlich bei der wir jetzt wegen dem Pissing fail, ne? Ja, weil wir den Industrial haben wir entfernt, dann haben wir es rausgemacht. Dann hat es circa zwei Monaten. Okay, und das war, wenn ich weiß genau, was es war, war es nicht gut gestochen oder war es schief oder was war ich? Es war zu kurz gestochen. Stimmt, ja, jetzt habe ich es wiederholt. Also der Startbach ging zu kurz. Und jetzt haben wir es gesagt, okay, jetzt sind die Zeit rum und jetzt haben wir es neu auf dem Ohrweißen. Stimmt, gell? Hätte ich noch mal gehört im Kopf. Du hast es... War es nicht sogar so, dass du direkt nach dem Stechen bei mir warst? Ja, ich bin direkt nach dem Stechen, weil er gesagt hat, ja, weil ich halt gefragt habe, wie das nun Haare färben ist, gesagt hat, ich kann eigentlich direkt morgen färben und das hat es halt uns ein bisschen stutzig gemacht und dann sind wir gleich hierher gegangen. Und du hast dann halt gesagt, industriell raus. Da möchte ich auch mal sagen, gerade zum Thema, ich habe jetzt wieder so eine Google Maps-Bewertung bekommen von, und da bin ich mir sehr oft sehr sicher, dass das einfach von diversen missgünstigen Konkurrenten ist. Da wurde nämlich behauptet, ich hätte, natürlich immer so die Geschichte, hätte dann eine Schwester von jemand, also nie von jemand selbst, hätte immer das Hörensagen oder die Nichte vom Onkel, von der Tante, aber wenn ich mir war es die Schwester von dir, da hätte ich also das Piercing in die Berge kommen und da hätte ich ihr irgendeinen Schmuck verkauft, den sie hätte gar nicht gewollt. Und da hätte ich gesagt, das Piercing muss raus, weil das so schlecht gestochen ist und dann hätte ich das auch noch rausgenommen und dafür die 5 Euro noch verrechnen. Natürlich ist so eine Nummer natürlich sowas von blöd und verschunken und verlogen, weil ich a nie im Verkauf bin, b und wie bei dir auch, wenn ich sowas mache, dann sage ich das wirklich ehrlich mit Hand und Fuß, wenn die Leute kommen, weil die Leute zahlen ja bei mir für eine Bewertung, eine Beratung 5 Euro und ich kann auch sagen, hey sieht alles gut aus, sagst du super, danke, dann sage ich 5 Euro, bitte danke, auf Wiedersehen und alle sind zufrieden. Also ich würde mehr damit verdienen, wenn ich sagen würde, lass es drin, als es rauszutun. Wenn ich es rauszune, muss ich mit Hände schmutzig machen, muss ich was arbeiten, sonst sage ich nur was. Und deswegen, es ist natürlich immer lustig, weil ich bin da echt nicht leichtfertig, also mein Ziel ist ja immer so ein Piercing zu retten, aber oft geht es halt nicht. Und da muss man halt auch sagen, das macht keinen Sinn. Und bei dir jetzt wurde es wieder fest, das weiß ich noch, das mit dem Haar fern, das hat ich stutzig gemacht, ja. Da hat es ja zu mir gewaschelt gleich. Da war es schon ziemlich traurig in dem Moment. Ja, weil das eigentlich das Piercing war, was ich mehr wollte als das Tragos. Ja, aber das kostet halt auch Geld. Bist du dann mal hingegangen? Oh, du hast dich beschwertet? Nein. Also es bringt auch meistens nichts, meistens diskutieren sich dann die Studios zu Tode. Ich habe bei mir diese Zufriedenheitsgarantie, da haben wir jetzt gerade einen Fall gehabt, wenn ich mal wirklich, wenn man wirklich nicht wird, wie ich es will oder wie es erkundet, dann steche ich mir so sonst neue. Und dann haben wir mit dem Snake-Eis gestochen. Und das Ding ist, da war ein Stechen schief gewesen. Dann war es ja nicht schief, dann war es ja schief, immer wieder die Zunge rein. Also das war wirklich krass. Jedes Mal anders gibt es ein Video dazu, das ist echt geil. Weil man es kaum glauben kann. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, komm, wir machen einfach neu. Und das macht man natürlich auch. Und ich finde, das gehört auch dazu, weil letztlich, du bist der Kunde bezahlt, und du willst auch 100% Leistung haben. Das ist der obere Punkt. Das ist der untere Punkt. Das Gute ist, man sieht von den alten Löchern gar nichts mehr. Ja, das war ja wahrscheinlich, weil wir es eben gleich rauskriegen. Habe ich dir aber damals einen Tag gesagt, je schneller das rauskriegen, desto besser ist. Und dann hätten wir als Stichkanal diesen Winkel. Was halt ist bei dir, du hast hier unten die Helix-Falte recht dick, recht fleischig, aber das macht nichts, aber die ist halt richtig. Da steh ich mal ein bisschen mehr durch. Du grinst, du freust dich schon für sie. Das hat die Grinst. So lange und so, haha, das wird mehr weh tun. Nein, das tut es wirklich nicht mehr weh. Passt es so für dich? Ja, das passt. So, dann haben wir noch gesagt, ähm, nicht so schwer atmen, bitte. Alles gut. Du hast gesagt Glitzerstelle, da haben deine Augen geleuchtet. Willst du was Glitzerndes haben? Die gibt es in Weiß, in Rosal und in Hellblau. Rosa. Ja, Rosa. Okay, alles gut. Es gibt vier und fünf Millimeter Kugeln, weil, ja, die Meinung ist in den vier, weil, bei mir das ist es besser, gerade mit Brille auch, wenn du nichts so groß hast. Ja. So sieht das aus. Gut. Yes. So, dann werde ich nochmal kurz nachmessen, nochmal im Detail. Ich kann aber hier so lassen. Nicht einmal das hat der Piercer gemacht. Er hat es nicht einmal eingezeichnet, gar nichts. Ach, stimmt, das hast du dir nochmal erzählt. Er hat es einfach gestochen. Er hat es einfach gestochen. Er hat, also die Niki hat das erzählt. Also das ist die regelmäßige Herkunft. Also regelmäßig. Du bist ja dann gekommen, wenn du eine Freundin hast. Ja, die sehr oft hier ist. Ich war auch schon hier mit ihr stechen. Okay. Und, also er, sie hat mir erzählt, dass er das industrial angelegt hat. Und gesagt, na hoffentlich kriege ich das durch. Und dann hat er schon gestochen. Also sowas habe ich bei ihm nicht einmal gesehen. Das ist schon ein bisschen was. Also das hast du mir ja alles erzählt. Ich habe es vergessen. Ich habe es schon wieder verdrängt. Aber es ist krass jetzt halt, dass das, sag ich einmal, bedingt alles irgendwie unmittelbarer Nachbarn sind. Das ist halt nicht. Traurig, aber wahr. Und vor allem Leute, die teilweise auch schon seit 20 Jahren piercen. Oder das sehen. Ja, er hat ja auf seiner Website auch stehen 20 Jahre Piercing-Erfahrung. Ich frage mich nur. Das ist ja gerade lustig. Also lustig ist es eigentlich gar nicht, aber. Ist traurig. Eigentlich traurig. Ja, wenn ich sage mal, dass das bedingt Schwere in dem Job ist, wenn ich sage ich ehrlich, jetzt ist es zu spät 17.30. Ich habe schon Vollgas gehabt den ganzen Tag. Du musst halt bei jedem Kunden, den Kopf mal so lassen, wieder auf Abruf, ich schrecke meine Stuhl noch ein bisschen nach hinten, auf Abruf wieder auf den Punkt abliefern. Ja. Wie der Dieter Bohlen immer sagt, ja beim Recoil, dass die abliefern müssen. Ja. Ist so. Das heißt, jetzt gilt's, dann gilt's. Und das ist beim Piercing natürlich auch so. Und du kannst nicht sagen, wenn du sagst, ich bin eigentlich jetzt voll K.O. oder irgendwie habe ich gerade einen bösen Anruf gekriegt oder mich irgendwas geärgert, dann darfst du natürlich nicht auf den Kunden oder auf die Arbeit, die du da ablieferst, abfärben. Und wenn du das tut, dann ist es halt gefährlich. Und ich kann mir das echt nur so vorstellen, dass man da teilweise manche Kollegen einfach sagen, man nimmt mir so richtig den Bock haben. Oder halt die denken sich, ah ja, das wird schon passen und ich brauche es nicht anzahlen. Naja, das Piercingstudio war leer, wo ich reingekommen bin. Genau, aber das ist ja noch schlimmer. Das sage ich ja damit. Also das ist auf dem Motiv, man hat keinen Bock mehr. Man denkt sich, ach egal, das ist ja nicht mein Ohr, ist ja wurscht. Ja. Darf ich dich bitten, die Brille runter zu tun? Ja, siehst du. Stichst du das jetzt eigentlich mit zwei verschiedenen Nadeln oder mit einer? Na, was denkst du? Ja. Einer wird durchgeschoben. Ist besser auch. Echt? Na klar. Mit zwei Nadeln kann man in Deutschland nie so stichen, dass es perfekt sitzt. Weil er hat es nämlich mit zwei, eine unten und eine oben reingeschoben. Aber das ist, haben wir an dem Tag und im Moment gar nicht gesehen und wäre auch egal gewesen. Das wäre ein Problem gewesen infolge der Heilung. Weil wenn ich das mit zwei Nadeln steche, wird der Stichkanal halt immer. Die sind nie parallel, die Stichkanal. Die sind immer, die sind nie ganz wirklich in einer Linie. Und deswegen ist das einfach so, dass du da... So, ich habe Angst. Keine Angst. Nur pass auf, die Schulter muss mir ein bisschen runter, weil das ist ein bisschen... Ich steche schnell. Lass den Kopf bitte bei mir. Nein, ich steche nicht schnell, ich steche gut. Und perfekt. Das wird schnell sein, aber nicht so. Du sagst, das darf jetzt Bruchteile von Sekunden. So. Locker bleiben. Erster Stich. So. Oh. Scheiße. Das ist weh. Wir sind ein bisschen steiler geworden. Der Grund ist immer der, beim Industrial, wenn man das so sticht, dass ich mich jetzt nicht auf meinen Punkt fokussiere. Ich könnte natürlich auf Zwang meinen Punkt stechen. Ich bin schon fertig. Ähm. Ist schon drin. Ich könnte auf Zwang den Punkt stechen, den ich will. Aber es ist ja natürlich doof, weil wenn man die Nadel ansetzt, sehe ich oft vom Winkel, dass dein Ohr mir einen gewissen Winkel vorschlägt. Ja. Das blöde halt eh nicht so, ne? Da denkst du, was labert er dann halt die ganze Zeit. Doch. Ich höre dazu. Aber das Ding, dass das Ohr quasi in einem gewissen Winkel mir vorschlägt, wie die Nadel schön drin liegt. Und dann weiß ich auch, wenn ich diesen Winkel folge, hast du nachher ein Piercing, wo wirklich gut sitzt. Ach. Deswegen, in dem Fall bin ich jetzt zwei Millimeter tiefer gegangen. Einfach weil... Sind beide Kugeln schon drin, oder? Ja, natürlich. Beide Kugeln sind drin, der Stichkanne ist vorbei. Wunderschön. Perfekt. So. Oh, die Arme. Hat sie dir wehgetan? Ist ja. So, 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 ja. Oh mein Gott. Das tut mir leid. Entschuldigung. Lass dich da manchieren. So. Ich geb dir jetzt mal einen Spiegel in die Hand, dass du das liest. Was ist? Spann dich mal, tu mal durchatmen. Alles schön geworden. Guck mal, wir nehmen das Teil halt zurück. Und jetzt sitzt es auch ganz anders als damals. Mhm. Weil beim letzten Mal ist es nämlich hier unten gesessen. Da ist es so verlaufen. Da hab ich dir, glaub ich, sogar auch gesagt, dass es... Hab ich nicht so, dass es sogar rauswachsen könnte, weil es zu wenig Haut war. Nein, das hast du nicht gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr, dass das jetzt sein können. Und gefällt es dir? Ja. Du siehst auch, jetzt haben wir genug Länge. Mhm. Überlänge oben, unten, rosa Steinchen drauf. Und wie gesagt, ursprünglich hatte ich diesen Hauch höher geplant, ein Tick flacher. Mhm. Aber wenn genau da drin war, hab ich gemerkt, Mensch... Und das stört auch gar nicht, wenn das da anschwillt, dass der Stab da ist. Naja, am Anfang schon. Wenn es anschwillt, stört es schon. Aber später ist es kein Problem. Also... Die Schwellungen werden nicht zurückbleiben. Natürlich werden. Die Schwellung kommt schon. Ja, klar. Das ist immer beim Industrial so. Es gibt wenig Leute, die haben ein Ohr, das so gewölbt ist. Wo quasi das Innenteil vom Ohr so ist. Dann hab ich hier und hier gestochen und dann hab ich in der Mitte einen Hohlraum. Mhm. Und die sind sogar in die andere Richtung gebogen. Das schweigt eigentlich jetzt schon total an. Nee, das ist dieser Ausdruck. Das ist dieser Ausdruck. Okay. Also da ist noch nichts geschwollen. Aber das wird sich ein bisschen einpendeln. Also es ist quasi so, da müssen wir ein bisschen damit leben, dass dein Ohr... Du hast halt diese... Dein Ohr ist eigentlich in die falsche Richtung gewölbt. Das ist bei vielen Kunden so, dass das Ohr nicht so gewölbt ist, sondern eben in die andere Richtung. Und dann hab ich immer das Problem, dass mir der Stab ein bisschen am Ohr anliegt. Oder halt einen leichten Druck drauf übt. Das macht aber nicht. Da gewöhnst du dich dran. Das geht auch. Nur... Es gibt eben deswegen manchmal Ohren, wo ich in den Lastuell nicht stechen kann. Oder nur ganz einen komischen Winkel. Weil wenn das zu stark gewölbt ist, kannst du da nicht durchstechen. Ich hab vorhin mit dem Kunden ein Video gemacht, wo ich genau das erklärt hab. Die wird eins haben nächste Woche. Die war falsch oder was anderes da. Da hab ich genau gesagt, schau, bei dir könnte ich das gar nicht so schlecht strecken wie bei dir. Das würde gar nicht gehen bei dir. Bei dir muss ich es viel flacher strecken. Fast gerade. Weil bei dir ist die Wölbung so stark, da wird es voll dagegen drücken. Aber bei dir ist kein Problem so. Konzept nicht so gemacht. So, die Schwellung, wie gesagt, kommt trotzdem. Und wenn die Schwellung kommt, nicht erschrecken. Das ist normal, dass da ein bisschen ein Druckschmerz ist. Und das natürlich einfach ein bisschen spürst du auch. Kann nicht schlimmer sein als das, oder? Ja, das gibt mir auf jeden Fall in den Griff. Gut. Wie war es denn vom Schmerz überhaupt? War es schlimmer als damals, oder besser, oder gleich? Es war doch ein bisschen unangenehmer. Aber man muss sagen, bei ihm unten war er sehr grob beim Tragus-Stechen. Da hat mir das Tragus sehr weh getan. Ja. Okay. Also, ich merke es jetzt. Das ist ziemlich schief. Immer noch. Also, immer noch. Es ist halt schief gestochen. Ist Tragus? Ja. Das merke ich eben am Piercing selber drinnen. Ja, das sieht man natürlich schon. Aber es ist auch sechs Wochen alt, oder? Acht Wochen. Acht. Ja, aber es wird vielleicht ein bisschen besser. Muss ich das da dabei noch drinnen lassen durch die Schwellung? Ach, da hast du ja gesagt, du hast ja vorher gefragt, ob ich das wechseln kann, ne? Ist halt die Frage, wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Ich meine, ich lebe seit zwei Monaten damit, ich werde es noch länger übernehmen. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt für Geld etwas verkaufen und hin und her, ich würde es jetzt einfach noch lassen. Noch lassen. Ich bin der Meinung, das ist nicht so weit zu wechseln. Wenn wir jetzt, du hast ja gesagt, das Wort Ringen gesagt, was der Ringen kann, du jetzt einen Kopfschuss an den Ringen reinmachen. Okay. Das kannst du nicht vergessen. Gut. Also, da ist meine ehrliche Meinung, ganz ehrlich, lass den Ringen jetzt sein. Wir warten, wie das in sechs Wochen aussieht, eine Daskel. Das tauschen wir uns dann auch aus. Okay. Dann machen wir einen neuen Stecker rein und dann werden wir den Tages auch in den Eingriff nehmen. Aber so lange will ich das einfach neu in Ruhe lassen. Okay. Und der Pfleger ist genau dasselbe wie? Ich erkläre es dir nochmal. Erster Schritt, Hände waschen, Hände desinfizieren. Dann nimmst du bitte den Pondylinspray und sprüh dir zwei oder drei Sprüher vorne und hinten aufs Ohr rauf. Weil wir das schon eben innen und außen drauf haben. Immer auch beide falten. Lass den Spray 30-40 Sekunden einwirken. Weil er eingewirkt ist, nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du mit Pondylinspray ein bisschen feucht und wischst vorne und hinten das Piercing ab. Danach nimmst du das Pondylinsgel, sumpfst es ein vorne hinten, bewegst das Piercing hin und her und das war's. Okay. Und das ganze drei Wochen zweimal am Tag, dann drei Wochen einmal am Tag. Also genau das selber wieder. Haare färben sechs Wochen nicht. Solaren darf bei Sauna drei Wochen nicht. Okay. Wir sehen uns in sechs Wochen. Danke dir. Dann sagen wir noch kurz Tschüss für das Video Teil 1. Dann kommt die... Ja. Ja. Nicole. Nein. Jasmin. Julia. Julia. Das war ich nicht abgesprochen. Jetzt ist schon wieder passiert. Julia. Okay. Wie bei Roma und Julia. Das kann ich jetzt merken. Okay. Also in diesem Sinne. Tschüss ihr zwei. Und das nächste Video kommt dann gleich mit ihr. Tschüssi. Baba.